Musik 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 Funktioniert das jetzt? Boah Viech So Das heißt mit dem Ich laufe schonmal hier hin, weil ich die Produktion noch erhöhen möchte Musik 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 Finden wir jetzt hier, die gelben In gelben fehlen Eisenplatten Das sind Glückwunsch Musik Jasi 3 2 5 Bis zum nächsten Mal. Ja, soll der da das machen? Die werden hier aufmunitioniert, ist vollkommen so okay. Er hat hier wahrscheinlich den höchsten Verbrauch. Ja, schon wieder 16k. Kommt da... ... die Fabrik hinterher. Ja, kommt sie. Gut. Wo ist denn hier schon wieder? Hallo. Das ist nervig. Was haben wir denn jetzt hier für ein Problem? Warum kommst du denn nicht raus? Hä? 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 Hier keine Dingses oder was? Oh, fuck ey. Oh, ist das hart. Oh, Gott. Da haben wir in zweifel Eisenplatten. Ich würde sagen... Ich würde sagen, Eisenherz ist leer. Ja, 3,4 Millionen aber... Ah, verflixt. Ah, verflixte Kacke. Wo kommen immer diese beschissenen Probleme her? Ich will doch einfach eigentlich nur hier runter und ein bisschen Action machen. mehr will ich doch gar nicht. Das kann doch nicht so viel sein. Dann kämpfe ich hier an viel drei verschiedenen Punkten mit Deadlocks. Und 18 km. Zumindest hier ist mal kein Test. Ah. 6 Millionen. Jetzt fehlt doch noch langsam weniger. Was das hier ist? Ah. So. Hier wieder raus. Das ist... Hier. Diesen. Damit kann der Innenzug dort schon mal rausfahren. So. Damit können wir auch die hier rausfahren. Wir müssen mal gucken, ob sich das hier auflöst. Aber hier habe ich ein anderes Problem. Hier habe ich echt ein anderes Problem. Wo sind die denn da rein gefahren? Bestimmt, um sich zu drehen. Ich mache es von unten. Den hier machen wir jetzt mal mal. So, das ist der hier vorfahren kann. Die rausfahren. Oh, Gott. Gut, das Problem hat sich also eigentlich gelöst. Ich werde mal kurz sehen, dass da der nächste Deadlock wieder erscheint. Eigentlich müssten die sich halt hier so ausfahren, da sind die Eisenklocken hier sehr schön, bis das funktioniert. Ich mache den wieder auf automatisch. Das ist halt so schmerzig. Ich habe da oben eigentlich. Hier wird abgefragt. Weniger als 10 drin. So. Damit, das waren wir nur nicht verknüpft, können wir den jetzt wieder zur Basis schicken. So. Wieder eins. Fertig. So. 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 ich will das jetzt ehrlich gesagt probieren dass man jetzt wusste ob die aufgeladen sind oder nicht ich schicke die jetzt hier allesamt zu mir hin dann kann ich die immer noch hier hinschicken um sie wieder aufzumunitionieren das kann ich ja jederzeit machen so scheint noch nicht auszeichnen würde ich sagen verdoppeln wir das ganze an der Stelle mal und schauen dann ob das ausricht die armee ist unterwegs sehen ob die laserverteidigung dann alleine schon ausweicht das kann man dazu nicht erzählen so das hat vieles zu tun mit der Stelle das sieht jetzt eigentlich aus eine halbe Minute das ist alles noch ein bisschen zu wenig so ich hoffe das geht jetzt hier deutlich zu höher ich rutschte echt zu viel es ist verrückt geh mal lieber woanders hin dann haben wir die auf den mit der 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 4, 1, 3, 2, komisch, warum die so auseinanderflattern. Ok, die haben also wirklich so ein gewissen Vorlauf, also Nachlauf, muss man doch ein bisschen etappenweise das machen. Na gut, die Zeit nehmen wir uns, dabei wird das hier alles schick gebaut, beziehungsweise ich habe gedacht, dass die nochmal so interessant wird dafür, dass die hier so massen bauen darf. Wenn ich da 4000, 20.000 geschossen habe, puh. Da brauche ich mal Stunden, das muss ich noch verbessern. Ei, 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 ei. Hätte ich gerade nicht so gedacht, dass das so ein Aufwand wird. Na gut, kann man nicht ändern. Was ist das Problem der Eisenplatten? Ja. 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 Ja, ja, ja. Den Pferd nur hin und her, der eigentlich auch, wenn er dann mal voll ist. Das war mir alles aus, okay, ist er in der Glocke, ist er in der Glocke, ist er in der Glocke? Nee. Oh! Das war mir alles aus. Was könnte ich eigentlich nochmal brauchen? Der hat nicht mehr die Reichweite von dem hier unten. Ja, bis jetzt habe ich es wieder entdeckt. So, jetzt lasse ich die erstmal hier auflaufen. Bis zum nächsten Mal.